Nummer 31, Prinz Fleifo, ein deutscher Hengst von Ken Walkinton aus der Gala Ars. Ken Walkinton ist ein Nachkomme des möglicherweise begehrtesten Valley Victory Zones Yankee Glide. In Holland ist er vor allem als Vater von Adonis Boko und als Vater der Stutenderby-Siegerin Bibi Barroso bekannt. Die Italienerin Gala Ars stammt aus einer sehr erfolgreichen deutsch-amerikanischen Mutterlinie. Ihre Mutter ist die deutsche Stutenderby-Siegerin Doreen Ars. Ihre Großmutter ist Dashing Doreen, die unter anderem auch noch den Jahrgangscrag Dino Ars brachte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017